meinst du und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von whiskerer clean up aber diesmal santa's rampage premiere bei uns und wie beim normalen whiskerer muss man hier aufräumen und machen und tun und jetzt gebe ich das große wort an shadi auch von meiner seite ein herzliches hallo und wir müssen oh mein gott wir müssen elfen aufheben jemand hat die elfen getötet welcher böse mensch war das unsere elfen helfen helfen die armen er bringt uns denn jetzt die weihnachtsgeschenke oder wir bastelt die hallo ich gehe mal gucken ob ich oh gott wo ist denn hier der ofen ich glaube aber sinnvoll ist es erst mal wie beim letzten die leichen zu verbrennen okay wer hockt wo bist du hallo ich will jetzt nur in der hand okay aber ich sehe nichts ist sie nur okay also keine hinweise dass santa getötet wurde oder keine ahnung oh gott oh gott okay lass mich durch okay oh mein gott es tut mir so weh die armen elfen wer tut sowas alter verwalter weihnachts usb stick ist das hallo ist ein bisschen barry kann das sein so dann noch ein usb stick mit weihnachtslieder das sind weihnachtslieder ich sag nur usb stick mit weihnachtslieder und so hier grüne oder weihnachtsfotos oder wie auch immer ich glaube wir müssen die ganzen geschenke ausliefern die helferlein sind nicht mehr wer war das tut mir so leid liebe elfe einer lebt ja ich lebe noch ich lebe noch alter der arme hat kalt warten wir schwärm den mal der hat kalt du bist ganz schön böse aber irgendwo geht es doch noch zu den rentieren da glaube ich au au wo bin ich denn jetzt alter ich bin ans geweih so perfekt am feuerplatz die schaukelstuhl oh mein gott das für ein gerät ich will ja weg ich will ja weg guck mal die haben sogar die rentiere umgebracht nein die schweine oh nein wir haben sie echt nicht mehr alle aber egal so sind wir halt genau aber nicht durch geschenke verbrennen weil die müssen mal ausliefern ich weiß noch nicht ich weiß noch nicht ich weiß noch nicht wie und wo wir die hinlegen sollen ich weiß noch nicht wie und wo wir die hinlegen sollen ist hier noch irgendwas wir sind noch nie Untertitelung. BR 2018 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 Ich möchte alles hier aufräumen. So, hier ist auch noch ungesenkt. Oh Gott. So, klein nach oben. Okay. Oh Gott, im Himmel. So, mein lieber Padoka. Ja? Ich werde gleich was entsorgen, wo du unbedingt, unbedingt auf Seite sein musst. Okay. Die ganzen, die sind ganz wieder aufgestellt. Hast du den Tisch vorher sauber gemacht? Der war schon sauber. Ach. Hier ist auch noch so lange nicht. Alter, ich parke hier rum, das nervt mich gerade ein bisschen. So. 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 Ja, bleib am besten mal gerade um die Ecke. Ich gehe auch um die Ecke. Ok. Whoah. Gut. Ha, 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 ha. Aha. Die Geschenko fliegen wieder rum. Tschuldigung. Miau, miau. Alles für die Miau. Alles für die Katze. Ha, 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 ha. Oh mein Gott, ey. Oh, Scheibenkleister. muss es ja irgendwo entsorgen moment dass da wissen dass klein teile gut jetzt habe ich jetzt habe ich das was ich haben wollen wollte aber es bleibt so okay was war denn das sind komisches geräusch alter verwalter ich versuche schon mal den ersten raum was ist das ich bin ordentlich sauber machen hier ok war man das für die kleinen lupx ist was in lupx ist mit kleinen wie so tatfall oder irgendwas mini raketen oder ja egal also erst das der raum ist da muss ich nur gucken kann ich das auch zu machen hallo die kann ich gar nicht zu man schreiben das also bitte keiner mehr hier hinten rein gehen hier fliegen elfenteile rum je so der stadt ist schon mal sauber ja schöner bach gerade gehabt ich verbrenne gerade mein schuh an hierhin die 1 also der tisch ist schon mal sauber ich stelle mal gerade den hocker da drauf so oh mein gott ist da nichts explosives drin ok ok mein eine ahnung mein meine schulter und mein oberarm alter war mein fuß siehst du das ok wird ja lecker ich entsorge mich gerade selbst mein unterleib oh mein gott mein oberkerber wo ist mein kopf da ist mein kopf da ist noch eine ganze elfe aber auch leider gott ist abgeschlachtet was ist das eine kerze so jetzt bin wir gespannt welche richtung der jetzt läuft der läuft du kannst warte ich hab's gleich ich glaube du hast zu oft mit mir fast gespielt ich tu nüch dieser tut gli solos beinahm mein armen hier ist mein arm russmen g4 okay was ist das das ist noch eine kerze so gut hilfe bin ich jetzt zu dick oder was jetzt wird alles noch wie sie was sie ja manchmal schmeißt ja unten von von da oben was runter und dann kannst du direkt verbrennen bitte dass man hier oben sauber machen können auch dann wäre der raum nämlich auch safe aber ja da liegt noch eine elfe kommt unten an oder hängt irgendwo ich hab schon ein feuer drin alles klar super okay das liegt genau okay so kam okay ich gehe mal den eimer holen was ist das haben geheimnis okay geheimraum unter den panelen hier leichten teile ach du schande ach das war ich ganz okay oh mein gott ich gehe schon runter und mache alles in die feuer ja 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 o mein gott danke oh mein gott das ist echt krass dass das so ein geheim ecke war ich habe mir frisches wasser was eigentlich was eigentlich mensch was ist da für eine karte eine ganz große karte hat ich das teile geholt alles weg ganzen trümmerteile erst mal die leichten teile weg schaffen gerade einen neuen eimer holen oder passt das noch ich weiß es nicht funktioniert das noch ja es ist noch sauber ok so ganz Türteile da viel zu groß ok wow ich bleibe hier mal stehen ok ganz vorsichtig runter wasser entsorgung was hast denn da achso da sind noch elfenteile oh mein gott ähäähähäähähähähähähähähäh Geil iiihihi was denn da komme ich zur elften am oh ok Ich sag da ja. Ja, 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 ja. So. So. So, wie weit bist du mit der Entsorgung der Elfenteile? Also noch paar Stück. So. Warum leuchtet der nicht, hallo? So, noch ein paar Trümmerteile. Perfekt. Ich hab hier auch noch irgendwo einen Arm. Wow. Ist hier noch irgendwo was? Stein. Moment, ich könnte doch eigentlich schon hier ein bisschen... Ah, ganz ruhig. Kishiwaschi machen. So, neue Teil müssen wir holen. Hm. Na toll. Ich will nur Alien-Teile rauskommen. Okay. Oh nein, ich hab wieder alles schmutzig gemacht. Ich lasse mal jetzt das Grobe. Äh, wir müssen kurz einen Cut machen, Herr Paduka. Wie, wo ist die Zeit schon? Ja. 30 Minuten. Gibst du, du hast in der Uhr gedreht. Kann das sein? Nein, nein. Hahaha. Ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Viskera Cleanup Center Rumpage. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.